Ja, meine Freunde, heute passiert so viel, dass wir noch eine Folge Werder-Update drehen müssen. Und zwar haben wir nochmal zwei Themen. Einmal Julien N'Joy, denke ich mal, dass er so aussprungen wird. Und aber auch vor allen Dingen Fabio Chiarodia, denn der soll wohl auf Leverkusens Wunschzettel stehen. Und dieser Transjahr soll auch wohl gemacht werden oder getätigt werden. Da kommen wir gleich zu. Erstmal geht es natürlich um eine andere Sache, und zwar Kiri und Singh. Ich glaube, wir alle warten gerade auf diese Nachricht. Was passiert da? Was ist mit Kiri? Was ist mit Singh? Ich selber warte auch drauf. Ich wünsche mir, dass wir da relativ schnell Klarheit haben bei Kiri und Singh. Würde mich unfassbar sehr darüber freuen, wenn das am Ende in irgendeiner Form für uns gut ausgeht. Dass wir vielleicht sogar beide bekommen, dann ist das grandios. Ja, aber wir müssen halt leider noch ein bisschen gerade darauf warten und beginnen. Deswegen in diesem Video, das packt der Nachtrag zum Werder-Update, was wir vor drei Stunden schon gemacht haben. Das könnt ihr euch gerne im Vorhinein auch schon mal reinziehen. Dann seid ihr komplett wieder auf dem neuesten Stand auch. Bei diesem Nachtrag geht es halt, wie gesagt, vor allen Dingen um Julien N'Joy. Und danach müssen wir über Fabio Chiarodia reden. Denn bei Fabio Chiarodia bin ich wirklich fast ein bisschen sauer. Aber da komme ich gleich zu. Erstmal reden wir über Julien N'Joy. Hat in seiner Karriere Datenbieter bei Kicker stehen Premier League 6 Spiele, 0 Tore. Und Credit Suis Super League, wie auch immer, 22 Spiele und 5 Tore. Und ja, das jetzt, wenn man jetzt mal hier auf sein Transfermarkt-Profil draufschaut. So, da können wir auch mal hier gerade zusammen drauf gucken. Dann sehen wir hier auch, in der vergangenen Saison hat er von 34 möglichen Spielen 24 Spiele gemacht. 4 Tore erzielt und 2 Vorlagen. Und in dem belgischen Pokal hat er von 5 Spielen 5 gemacht. 1 Tor, 1 Vorlage. Ihr seht auch hier nochmal, was ich gerade meinte. Mit diesem hier. Da seht ihr die Statistik von ihm. Aber ja, jetzt ist Werder Bremen hier mit 8% eingestiegen. Also wirklich kam aus nichts. Bremen ist da mit einer niedrigen Prozentzahl eingestiegen. Aber wird hier auch als einziger Interessant genannt. Was man aber sagen kann ist, dass wohl bei ihm mehrere Bundesliga-Klubs wohl auch noch mitten im Rennen sind, die an ihm interessiert sind. Liegt vor allen Dingen wahrscheinlich auch daran, dass er eben ablösefrei ist. Also kann Eupen ablösefrei verlassen. Hat Markett von 900.000. Das ist jetzt, sag ich mal, nicht so die Welt. Also auch wenn er nicht ablösefrei wäre. Aber dadurch, dass er ablösefrei ist, ist das natürlich jemand, der auch vor allen Dingen, auf Werder das Radar landet. Ich finde, seine Eckdaten jetzt nicht so verkehrt. Aber auch nicht, ist jetzt nicht so, dass sie sich jetzt total beeindruckt sind. Er hat in der belgischen Liga von 34 möglichen Spielen 24 gemacht. Die genauen Gründe dafür wüssten wir jetzt nicht, ob es verletzungsbedingt war oder leistungsbedingt. Hat aber in 24 Spielen vier Tore und zwei Vorlagen gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand, der in der belgischen Liga in 24 Spielen vier Tore macht, in der Bundesliga dann bestehen würde. Das ist nur mein Problem. Deswegen sehe ich persönlich ihn jetzt nicht als der Spieler, den wir jetzt holen müssen unbedingt. Vor allem, weil er auch 24 ist, wird dieses Jahr auch noch 25. Das soll dann praktisch unser Backup sein. Dann gehe ich lieber mit dem Talent Aaron Dinchy und hole einen gestandenen Profi als Backup eben noch. Aber jetzt würde ich nicht mit Julian Hinton Joy irgendwie gehen. Kann auch sein, dass ein paar von euch vielleicht auch die Spiele gesehen haben, wo er am Ende nochmal voll aufgeregt ist. Dann ist es natürlich eine andere Sache. Kann Stürmerhund auf beiden Flügeln spielen. Aber nur von den Eckdaten jetzt her bin ich jetzt nicht über krass überzeugt, gerade von ihm. Das will ich auf jeden Fall nochmal festhalten. Jetzt kommen wir aber zu einem Thema, das ist schon eine andere Nummer. Denn Fabio Chiarodia, unser sehr, sehr großes Talent. Übrigens an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Hat er am 5. Juni Geburtstag, ist 17 Jahre alt geworden und Leverkusen ist mal wieder an ihm interessiert. Denn der eine oder andere weiß es vielleicht gar nicht mehr. Aber Fabio Chiarodia wurde schon mal von Leverkusen beobachtet und auch umworben. Und das war zu dem Zeitpunkt, bevor es hieß, ob er eben verlängert oder nicht, wenn ihr euch zurück daran erinnert. Da waren dann auch noch ausländische Klubs wie Juventus Turin und so weiter und so fort. Wann auch noch an ihm interessiert. Und liegt vor allen Dingen auch daran, dass er eben für die italienische U17-Nationalmannschaft auch gute Auftritte bis jetzt gemacht hat. Und auch viele vor allen Dingen schon. Wir können mal hier kurz Fabio Chiarodia auch mal einblenden. Dann seht ihr auch hier, Italiens U17 hat er 17 Länderspiele gemacht und sogar zwei Tore erzielt. Und ist eben auch unter anderem als Kapitän aufgelaufen. Also Kapitän der U17-Nationalmannschaft Italiens. Das ist eine wirklich gute Leistung. Vor allen Dingen sind die Italiener ja auch nochmal deutlich stolzer auf ihr Nationalteam als in Deutschland. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergleicht, ist da schon Kapitän in der U-Nationalmannschaft in Italien zu sein, heißt schon was. Und vor allen Dingen spielt er da auch eben den Abwehrchef, Abwehrboss. Das haben wir bei ihm auch schon gesehen gehabt bei Testspielen von uns. Das war, wo er Toppack ersetzt hatte bei dem Testspiel. Hat er auch zentral in der Innenverteidigung in der Fünferkette gespielt. Hat auch so diese Boss-Mentalität, wenn man das mal so sagen kann. Vor allen Dingen für seine sehr, sehr jungen Jahre. Ich kann absolut verstehen, dass Leverkusen ihn wieder auf dem Schirm hat und jetzt auch verpflichten will. Weil er halt eben ein riesengroßes Talent ist. Ich habe es in der vergangenen Saison schon häufiger gesagt. Mich hat es auch sehr geärgert, dass, obwohl wir auch immer wieder Probleme in der Innenverteidigung hatten, Fabio Kirodia da nie irgendwie so wirklich hingezogen worden ist. Und es immer wieder dann relativ leichtfertig abgetan worden ist mit seinem Alter. Es ist wirklich ein Ausnahmetalent. Das darf man nicht vergessen. Und genau so Talente werden gerade in Leverkusen extrem gut gefördert. Und das seit Jahren. Egal auf welchen Positionen. Ich glaube, die bekanntesten Beispiele sind da vor allen Dingen Havertz und auch Florian Wirtz. Aber Leverkusen macht das permanent. Die bringen so oft 16, 17, 18-jährige Spieler einfach rein. Und sagen denen auch gut Deutsch. Hier, zeigt euch in der Bundesliga. Hopp oder Topp. So, was hast du zu verlieren? In dem Moment, wo du die allein reinbringst, die 1, 2, 3 gute Kontakte haben, steigt im Prinzip schon der Marktwert. Weil die einfach extrem jung sind. Mit Kirodia haben wir hier wirklich eben nicht so ein XYZ-Spieler, sondern wirklich ein Talent. Ein Talent, was meiner Meinung nach in der 2. Liga zu wenig gefördert worden ist. Ich hätte ihn definitiv in dem einen oder anderen Spiel gerne gesehen. Ich hätte ihn auch gerne bei Führungen geil getan. Eben damit er mehr Spielminuten schnuppert. Damit er eben diese Härte, dieses Taktische vielleicht auch nochmal mehr verstehen kann. Und da gab es auch Möglichkeiten für. Und da war ich schon so ein bisschen enttäuscht. Jetzt ist er 17. Leverkusen klopft an. Er hat es 500.000 wert. Die Frage ist, bei was für einer Summe würdet ihr persönlich Kirodia ziehen lassen? Ich persönlich würde ihn auf gar keinen Fall ziehen lassen. Ich würde ihn gerne in der Bundesliga auch wieder ranführen. Also so wie ich es gerade eben auch schon gesagt habe. Bei Spielen, wo du führst, den nochmal reinbringen. Bei Spielen, wo du eine Führung verteidigen musst. Und einen Stürmer zum Beispiel runter nimmst. Dann bring ein Kirodia rein. So, gebt dem Jungen einfach diese Spielzeit. Dass er sich auch zeigen kann. Und ich glaube, er wird uns alle überraschen und überzeugen. Auch die Kritiker, die wirklich immer noch so sehr auf sein Alter bedacht sind. Wenn man Kirodia mal ein bisschen spielen sehen hat. Ich habe ihn ja auch live beim Training mir angeschaut. Das ist wirklich sehr, sehr überzeugend. Ein Riesentalent. Und ich würde ihn sehr, sehr ungern abgeben. Und natürlich muss man auch sagen, er hat einen Markt von 500.000. Hat noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, wenn Leverkusen jetzt hart auf hart macht und sagt, wir übertreiben jetzt mal die Zahlen jetzt im Millionenbereich. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Aber sagen wir mal, die würden jetzt sagen, hier habt ihr drei Millionen oder so. Weiß ich nicht, ob Werder Nein sagt. Das ist das große Problem. Und Leverkusen ist jetzt nicht unbedingt der Klub, der am krassesten gerade auf Finanzen oder sonst was gucken muss. Trotz Pandemie und allem drum und dran. Ja, das ist schon eine andere Hausnummer. Und natürlich als Entwicklungsspieler kann jedes Talent im Prinzip weiß, dass man bei Leverkusen gefördert wird. Also wenn Kiarodia sagt, sie, okay, Leverkusen bemüht sich um mich und die wollen, dass ich mich hinter deren Abwehrreihe vernünftig weiterentwickeln kann und dann halt aufgebaut werde und werde meine Spielzeit kriegen, kann ich mir auch vorstellen, dass er uns überlegen kommt. Ich hoffe dennoch, dass Kiarodia gerne bei Bremen bleiben möchte. Und ich hoffe auch dennoch, dass Werder ihn nicht verkaufen wird. Im Idealfall Betrag verlängern um fünf Jahre oder so direkt, dass du da den lange gebunden hast, dass nicht sowas passieren kann. Ein Jahr Vertragslaufzeit, hoch unter Wert ist er weg oder sonst was. Und ja, das wäre mir sehr wichtig. Ihr seht auch, ich habe jetzt sehr viel darüber geredet, weil mich das einfach nervt, wenn wir so ein Talent verlieren. Wir haben eh schon genügend Talents in der Vergangenheit verloren. Ich möchte jetzt nicht auch noch Kiarodia verlieren. Und ja, eure Meinung könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Bis dahin, euer Nico. Und wenn es News gibt, melde ich mich zurück. Ciao.